Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit braucht! Musik Ich möchte, dass die Lehrer unserer Kinder, die Ärzte und Pfleger unserer Kranken- und Hilfsbedürftigen die Anerkennung, die Wertschätzung und die Unterstützung erhalten, die sie täglich verdienen! Ich möchte, dass sich die Jungen und Ungestübers in den vorgesetzten Grenzen und mit Recht und Recht... Friedensschaften vor der Aske! Friedensschaften vor der Aske! Das war der Grund, der uns gesaut noch an Schlechthammer! Das war die Möbel und das war der Anerkennung, der uns nicht aufwacht und auf der Aske! Wenn ich aufwache, streich ich dir noch einmal das an! Ich hab' dich nie zur Arbeit! Ich bin gleich wieder da! Stille, du hast die Holbe fahren, denkst du dich wollen, Seht was, die du wollen haben, sechs, die du wollen, Rüst in die Hand, schluss in die Kiste, Rüst in die Kiste, reißt du, da ist es so so, Baby, die Selbe, die Flarsche, also wunderschön, Na, jetzt ist es wieder raus, aber unsere Kinder weinen, die Stille, die Hand, die Herr und Stephflanzate, da ist es nicht gut, das der große Freie, das die Weile des Kindes, das ist die Brüder, das ist die Brüder, das ist die Flças und die Kiste, das ist die Brüder, das heißt, es ist die Brüder, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lügenpresse! 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 Aber wir sollten die vielleicht mal zu uns einladen. Ganz einfach aus dem simplen Grund, dann können ihre studierten Journalisten mal lernen von Menschen, die den Scheiß nicht gelernt haben, nicht studiert haben, was Journalismus bedeutet. Und was Recherchieren ist. Ganz genau. Lügenpresse! 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 Die Westen! Die Westen! Die Westen! Die Westen! Das ist nämlich für den Gästen vorzunehmen. Es wird so feilt, sobald wir uns dazu nicht, diese Scheiße zu verletzen. Wir kapieren, dass ohne uns diese Regierung im Scheißwerf mit gar nichts erreichen kann, dass wir überhaupt nicht. Wir müssen nur geschlossen, da gehen wir auch hin. Schieß euch aus! 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 Schieß euch! Schieß euch aus! Schieß euch! Schieß euch! Schieß euch aus! Wir gehen seit Wochen friedlich auf die Straße und wir lassen euch von euch nicht provozieren. Wir gehen seit Wochen friedlich auf die Straße und wir lassen euch von euch. Wir gehen seit Wochen friedlich auf die Straße und wir lassen euch von euch.